Hallo! Meine Frauen wird aktiv! Ja und wir spielen die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gegen die amerikanische Nationalmannschaft der USA und wir sind natürlich nur für Deutschland dabei wieder mal Och ich hasse das ja! Ich fühl mich hier so richtig deprimiert! Das ist doch deprimiert! Du musst doch eigentlich nur in den Gegenüberlegen gehen! Kann nur einer... Loll! So aus! Baaah! Alter! Och Kinder! Das ist echt deprimierend jetzt hier! Die deutsche Nationalmannschaft hat hier zwei Sterne die USA drei Sterne dann wissen wir auch wer besser ist! Halt aufs Herz! Achso ihr habt ja die Frauen noch gar nicht gesehen! Ha! Na ja! Jetzt habt ihr sie gesehen! Tatsic! Mittag im Angriff! Was ist hier los? Totaler Angriff! Na klar! Auf Weltklasse! Auf Weltklasse! Ja! Scheiße! Die sagen dann bestimmt noch stärker! Au! Die rennt uns jetzt hier immer ab! Bis die Spieler nicht mehr können! Und war das hier lange? Weil... Ist doch mal krass! Die gelungen das einfach aus! Die synchronidać die... Angara... Pass auf bitte! Ahahaha! Angara! Achso! Ja du, das ist mir klar... ...dass es nicht bohlkuladbar ist! ăăăăăăăăăăă Mein Neben Freunde! Wir sehen uns gleich wieder! Und das sind wir auch schon wieder! Live im Spiel drinne! Ruckzuck ihr das? Mann mit der Kategorie noch mal was Boah Alter Was für ein Flank und was für ein Schuss Also die USA ist Aber die USA ist geiler Definitiv Mann mitnehmen Nicht gegenlassen Doch doch Brauchen wir nicht Der ist aber nicht hart Und da ist der Brüder Der steht auch weit draußen Mannschaft kam mit dem Na attackier doch mal mit Alter der Warte da hinten irgendwas rum Hast du ja sie nur so weit draus gemacht haben aus dieser Aktion Paul da sicherlich Ja Paul sicherlich Bietet sich nur eine Hand davon Was ist da denn die Aufstellung schon wieder Überzahlspiel Mittag rennt Mittag Ich hab doch jetzt hatte der Person nicht mehr Oh 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 Jetzt gibt es mal Paul Rausgerannt, also ganz ehrlich. Dann kann die Türhüterin auch gleich mal rausrennen und ein Tor schießen. Alter. Ha. Dacht schon wieder. Ja. Hä? Wieso ist der Spieler schneller? Wieso ist der Schnell? Ah! Elfmeter! Elfmeter! Yo! Wir kriegen Elfmeter, wir kriegen Elfmeter. Wie ist das weiß? Verschießen doch bestimmt. Der Tor hier dreht. Sag ich's nicht! Sag ich's nicht! Sag ich's nicht! Weltklasse! Weltklasse! Ah, das ist herrlich. Uiuiui. Ich hab' geschockt und auswählen. Hallo! Rüberziehen, 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 zieh doch rüber! Anderer! Nein! Ja! Doch, man macht den Spieler da! Hallo! Der Spieler, nie! Nein! 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 Sie ist der beste Tor der Meinung von! Was ich immer so gesagt habe! die er so süß ab und verreckt so übel alter was war das aber gut du rennst erst gar nicht du versuchst es gar nicht ich weiß es denn sie haben ja vorne gehen die hinten ist eh alles auf ist klar soweit vorliegt du die Bälle schon abseits ah was ist er 100 prozent mittag halter die sehr gut da wo bist du der war abgepfiffen und weiter geht es keine Pause kein Cut es geht sofort weiter wechsel wer ist das alles klar das ist das ist etwas man wollte grad Pio vormachen wollte mal raufschießen aber der hat mich nicht gelassen ja ja das ist auch ein bisschen komisch klar hier auf Lange und dann sagst du wieder bis nicht vorbereitet was aus alter wie oft denn noch diese Seiten wechseln ist ja richtig ruhig wenn sie ab eh das ist die ganz stark da wo war das ein bauliger Ball gespielt wie eiskalt bei es ist natürlich nicht bei den Frauen da sitzt Thomas super lang alter du bist so schlecht sie macht einfach gar nichts sie macht einfach gar nichts sie macht einfach gar nichts es ist wirklich dass ich ihn weggekrieg habe interessant zurückgezogen weil es ist wert diese tricke tricke das hält dir so nice toll da wollte ich mal sagen lol noo ich mach hier solch hier im Kopfball ja ich war grad verwirrt ich hab ich hab ich hab ich grad sagen lol wie sie macht den Kopfball ohne dass ich was drücke und dann seh ich so der Ball landet bei rot also warst du grün sorry aber bis jetzt mal wird schon wieder ich hab mal das abseits auf doch warum ist das abseits auf ja so ist es auf ich muss ja irgendwie verteidigen können soll ich einfach stehen mehr oder was oh man hör abseits ich hab den Ball gespielt also da sind wir noch mama schöne Ballübergabe alt alt warum machen die so ne kranken weil sein Wettel nein anrase Big Boss Mittag hat sie wieder mal nicht durchsetzen das kämen wir ja schon Beate 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 nein da wäre gar nicht einfach zu abseits schön so völlig ungeplant aber abseits schön oh zum Torhüter der Torhüter kriegt die Ball wieder nein das war alles taktisch na gut bisschen untaktisch aber ist taktisch ja ja der ist draußen alter die Flank sogar noch aufteilig du voralleg wow hä hä du sollst schlägst du nicht einfach mal irgendeine nach vorne ich bin eine scheiße ja ja abseits auch ich hab alles versucht ich hab sogar mit ner Drehung gearbeitet ich hab sogar mit ner Drehung gearbeitet ich hab sogar mit ner Drehung gearbeitet du gehst jetzt aber einfach nur was ordentlich jetzt geht das ich gar nicht oh meine Nase juckt ich geb das ab und jetzt für dich auch ich hab kein rote Karte würde ich sagen aber die Frau ist hartnäckig die Frau ist hartnäckig die Frau ist hartnäckig in der falschen Ecke können wir jetzt mal ein Tor machen, damit wir in die Kamera lächeln können und Winky Winky machen können mit den Frauen ich wollte gerade passen das hat Amerika dazwischen Mann! Ja! Mache doch weiter! Nicht du, Fila! Wir haben schon auch total lange, oder? Geht davon noch mehr Leute Wollt grad sagen, wo bin ich jetzt schon wieder? Aber da hast du mich noch gesehen Ja, ist so weit! Ob ich da rankomme! Ja, ich hab ja versucht! Ich wusste ja nicht, was ich machen will! Will die jetzt abpassen? Will die flanken? Will die gleich schießen? Ich hab ja wie ein Schnips! Was? Er kann ich doch nicht dafür! Ja! 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 Die steht vollkommen weit, die Tunde und legt sich ja auf! Ja, das wird gern ab dem Dino zu bleiben! Ja! Ja! Was sagst du dazu? Okay! Warte mal! und was ist damit muss man den machen oder muss man den nicht machen warum man den muss man machen was da ist 1 alle nirgendwo er wie er wie er wie vorhatten noch ab alles an die macht das Tor ich habe alle sollte wieder von da trifft Von der Hörer. Immer schön weiter nach vorne. Man muss ja auch nicht auf der Linie retten. Nein. Ist ja viel zu weit dran. Wir müssen da auf dem Haltfeld. Auf der Linie. Auf der Mittellinie müssen wir ja einen Ball retten. Ist ja klar. Wenn der Ball auf der Seite reingeht. Mama. Wenn der Ball ganz, ganz nicht reingeht, müssen wir da hingehen. Abby auch noch. Hey, wo ist denn? 2 zum links. Hey, wo Ball. Spieler des Tages. Ach so. Spieler des Tages. So, nur war nicht gefordert. Meine liebe Freunde, ich bedanke mich, dass ihr mal wieder dabei wart. Gebt ein Daumen hoch, wenn euch das Spiel... Gebt nach Hause, geht nach Hause. Gebt ein Daumen, wenn das Spiel euch gefallen hat. Oder wenn dieses Video euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Love Flash von uns sehen wollt, schaut in dem nächsten Video rein. Mal gucken, was das so schön ist. In die Videobeschreibung rein gehauen. Ein Abo da lassen. Und selbstverständlich teilt dieses Video mit euren Freunden. Das wäre sehr gut. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video rauskommt. Und vielleicht sogar am Wochenende. Mal schauen. Ihr werdet ja sehen. Ihr habt ja jetzt... Safter ist... Safter ist... Nehmen wir... Fertig. Bis dann. Auf Wiedersehen. Schlusswort. Tschüss. Wow. Jetzt müssen meine Visitenkarten schon wieder klauen. Tschüss. Äh. Nicht lassen. Vornein. Tschüssi. Bis... Gleich.